Willkommen, guten Evenings, Freunde. Na, fangen wir mal langsam an hier mit euch. Langsamer, das geht nicht, schneller, da müsst ihr angeschieben, hier. Seid ihr alle bereit, oder was? Ich jetzt auch. Was hast du denn gesagt? Ich, ich es yel wir gerade, oder was ist? Könige, wollen wir machen? Ich, 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 ich... ich! Ich, 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 ich.... So haben wir jetzt die Händchen ansteckchen, jetzt gehen wir raus, jetzt gehen wir bumieren. Ja! Ja! Das ist ein bisschen. Ja! 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 Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Geht's noch? Könnt ihr alle noch? Jawoll, sind die Hände oben, dann wird man euch loben. Jawoll! Ja Leute, hier stehen wir hier, drehen wir die Nummer 1, das Original hier. Die Tickets unten vorne, weil Brunhilde an der Kasse ist. So, alles klar, wir machen's nochmal hier, Finale, Finale, Finale! Ja, wer ein Ticket hat, links und rechts nach oben durchgehen. Wer ein Ticket hat, kann schon links und rechts bis ganz nach oben durchgehen. Weiter gehen, weiter gehen, weiter gehen, alle haben eine Löhne, weiter gehen. Jawoll, du könntest den ganzen Verkehr aufreden. Moins! Alles klar! Letzte Mitte, Finale, Finale, Finale! Natale. Natale. Gute. So, Arsena, aber jetzt ein Maschinenstoppia. So, Arsena, ihr habt das gemacht, ihr habt euch wieder gesagt, danke schön, dann auch wieder sehen, die Bügele für den Automatis ist offen.